Der russische Laderhersteller Avtovaz hat wegen Problemen bei den Lieferketten seine Betriebsferien vorgezogen. Der russische Autobauer ist von Teilen und Technologie des Mutterkonzerns Renault abhängig, der am Mittwochabend bekannt gegeben hatte, seine Produktion in Russland vorübergehend auszusetzen und sein Engagement überprüfen zu wollen. Der französische Autobauer hält 68 Prozent der Anteile an Avtovaz. Der Laderhersteller hat angekündigt, während der vorgezogenen Betriebsferien daran zu arbeiten, importierte Komponenten durch russische Produkte zu ersetzen. Das russische Unternehmen beschäftigt rund 40.800 Menschen. Die französischen Unternehmen Total Energy, Auchan und Leroy Merlin hingegen wollen trotz des Boykottaufrufs des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Silensky ihre Standorte in Russland vorerst weiter betreiben. Der Pharma-Gigant Sanofi hat angekündigt, alle Investitionen einzustellen, die nicht direkt mit der Lieferung seiner Medikamente und Impfstoffe in Russland und Belarus in Zusammenhang stehen.